hallo leute wir wollen in dieser folge noch mal diese strecke kontrollieren ich glaube wir haben letztes mal nicht alles richtig gemacht ich meine dieses bötchen das müsste wahrscheinlich da hin und her fahren oder sowas bin mir nicht sicher das kontrollieren wir in dieser folge auf jeden fall noch mal und dann schauen wir weiter so dann wollen wir mal schauen also wir haben jetzt hier dieses boot auf dieser linie und der fahrplan sagt warte auf beiden seiten bis 100 prozent voll ist ist das richtig ich glaube das ist schlecht weil die passagiere kommen von da drüben hier muss definitiv bei beiden seiten null sein oder macht das auch mal null lasst ihr lasst das schifflein fahren so und dann müsste man gucken dass er eigentlich ist es mit dieser wartezeit vielleicht eine wartezeit ja doch die wäre gut aber er hier muss zum beispiel da müssen wir gucken dass da nicht irgendwie was ist der fährt auf jeden fall immer das kostet uns zwar geld auf der einen seite auf der anderen seite wo soll er warten wenn er auf dieser seite wartet kommt vielleicht kein schiff und dann auf der anderen seite das gleiche in grün er fährt hier immer das ist gut da ist auch keine wartezeit oder nein ist es nicht das ist alles richtig und dann kann das auch klappen mit der lieferung von passagieren und so weiter sieht zwar im ersten moment komisch aus aber ich glaube das passt schon so jetzt müssen wir nur gucken gibt es denn passagiere die darüber wollen neubrandenburg bad mergentheim nein hier nicht das hat man glaube ich auch schon geguckt oder bin mir aber nicht sicher aber hier waren dort passagiere die wollten definitiv darüber oder friedrichsdorf bad mergentheim aber nö hier auch noch nicht dann schauen wir mal hier rein ach so da gibt es ja auch über bad mergentheim da müssen wir gucken ah lippstadt aha dann passt es ja doch vielleicht ne via via menge so ist richtig und da müssen wir doch noch mal gucken war vielleicht doch hier verkehrt hier stehen bestimmt auch welche weil über friedrichsdorf ne doch nicht bad mergentheim zwei karfen das sind sie doch hier stehen doch welche weil das da oben ist zwei karfen ne ja sieht so aus und hier gucken wir mal ne schwandorf da sind sie passt läuft doch ist alles richtig hier und jetzt haben wir keinen halt drin das ist denke ich mal bei weitem besser kostet zwar jetzt ein bisschen das hin und her fahren aber hier stehen nämlich jetzt acht passagiere die auch rüber gefahren werden und dann wird das mit der zeit schon werden hier sind sondern wieder sechs unterwegs passt doch alles ist nur die frage will hier noch stehen 30 schwand zwei karfen wer ist zwei karfen der oberer oder der untere aha augengrün ist oben zwei karfen ist unten das bedeutet 28 passagiere das heißt da ist eine kutsche nicht mehr genug zack kutsche auf dem weg die fährt doch glaube nur hoch und runter oder und zwar schwandorf hafen festland kopieren starten so erstmal kurz vorfahren natürlich gleich sofort nacheinander fahren sondern ein bisschen abstand haben so der fährt auch so dann sollte das erstmal klappen die 38 kommen dahin hat er was geladen nein natürlich nicht weil hier unten ja auch noch kein zug angekommen ist der hätte ladung bringen können glaube ich dieser der nämlich schon 59 passagiere super und jetzt fehlen sie hier unten aber noch ne also er hat jetzt bestimmt null genau so ist es hier dürfte keiner doch hier stehen tatsächlich welche die weg wollen dann okay das bedeutet hier unten muss doch irgendwie zu wenig zug sein oder ist nur einer drauf kann er sein dann haben wir nämlich einen fehler hier im system oder stehen die gerade im stau er wartet auf freie strecke und er wartet auch auf freie strecke das hat gut geklappt das heißt fahr du noch mal zurück fahr du noch mal zurück weil er muss nämlich da auch noch hin da sind schon zwei und dieses signal muss weg das ist an der falschen stelle das muss da weg dann passt das auch mit dem zug so er kann jetzt nicht weiterfahren weil der da noch da ist und dann aber es geht dann schon okay wir haben zwei drauf haben aber hier halt mit dem signal den fehler gehabt der ist jetzt aber nicht mehr da so jetzt ist die frage besser die lupe an den bahnhof abgerissen so der 62 und wir stehen dann hier gütersloh ist andere richtung bad mergetheim sind 26 die da auch noch hin müssen gütersloh über köln über köln über lüneburg die 26 stehen hier noch okay dabei aber den einzug jetzt zurückschicken oh das gebimmel geht dann umsack aber jetzt geht es erst mal ja drei neubrandenburg dass das alles okay das läuft jetzt denke ich mal die fahrende schon hier hat man halt den fehler drinnen aber der ist jetzt behoben will ich hoffen gut die fahren dann alle wieder kein fehler mehr da sieht erstmal gut aus was macht gütersloh hier sind die meisten passagiere 92 ja das geht erst noch denke ich da werden hoffentlich gleich ein paar züge ankommen die die richtige strecke gefahren zwei brückenburg hafen und zwei brückenburg hafen okay das sind zwei der gleichen züge na ja okay dann ist es so und hier wartet der den ich eigentlich gedacht hätte dass der das ist ist aber auch alles erstmal okay noch was macht unsere marge eigentlich die sitzt gerade ganz mies drinnen roland ansicht die war da beim plus also geht wieder oder geht wird laufen hier steht jetzt keiner okay das ist ein bisschen schade aber hier stehen dafür genug aber jetzt sind sogar 103 passagiere schon köln hat zwischen an 25 okay nach unten will jetzt keiner und da kommt aber noch ein zug naja das ist dann nur lüneburg brandenburg köln neubrandenburg das passt alles kutschen sind hier noch am fahren hier steht gerade kein gast ich hoffe hier sind welche drinnen ne das schlecht ne das schlecht ne das schlecht ne das auch schlecht zur burg will gerade keiner das ist ganz doof aber das ist doch eigentlich ein gutes ziel hier steht wahrscheinlich auch keiner ne da fährt aber auch nur die kurze und da ist auch keiner drinnen das ist gerade nicht so toll hier sind 24 alle wollen nach norden weil hier vielleicht gerade schon einer vorbei gefahren ist nö hier stehen 75 passagiere alle wollen nach norden keiner will übers wasser also wasser liegt bestimmt daran dass da kommen wieder welche dass er die letzten schon mitgenommen hat ne da ist schon keiner mehr ist nicht so prickelnd da kommt jetzt auch keiner zurück der wird wahrscheinlich keiner drinnen sein genau so ist es sieht jetzt nicht so toll aus gerade hier mit den passagieren bei rollt waldhafen das ist da unten wollen die hin okay wo ist denn hier ein zug da und da sind 30 dran okay das geht fährt auch schwarze zahlen noch ein der hier fährt auch schwarze zahlen hättlingen will ich bünder der fährt nach norden wohl jetzt kriegt er noch ein paar mehr oder nähert welche will ich jetzt hier gelassen leider keine zugestiegen ne bünder rathaus sind da drei okay da kam er zu spät dann ne war zu früh da so hier sind es 15 bei rollt und will ich das geht nach süden alles gut hier ist noch einer der hat 12 hier dürfte keiner stehen zurzeit sieht so aus geht erstmal ja so jetzt hoch zur insel gucken wir was hier so angeht hier stehen zwölf passagiere und die kutsche hat auch sechs darum ist noch einer auch sechs schon fast zu überlegen noch einen zu fahren lassen weil hier unten stehen ja jetzt gerade ein paar mehr ne stopp knapp daneben ist auch vorbei obwohl die würden jetzt genau passend abgeholt werden wie sieht es denn oben aus willensdorfburg da stehen noch sechse vielleicht doch noch welche fahren lassen willensdorfhafen ne willensdorfburg da und starten ich hoffe der fährt erst hier hin ja macht er dann kriegt er die sechse auch noch mit ne ja passt das ist dann richtig und wie sieht es hier aus am hafen da stehen 16 passagiere schwanddorf auengrund er hat 11 das passt der kommt dann passend an und kann die dann auch mitnehmen da ist noch einer der hat aber niemanden dabei das ist schlecht eigentlich und der hier auch niemanden da könnte es ein bisschen besser mit der Quote sein ne hier ist niemand drin da sind es mindestens zwei und er hat auch wieder niemanden hier oben wird wahrscheinlich niemand warten so sieht es aus hier sind jetzt aber 22 die wollen aber weggefahren werden einer will da runter okay die kutsche ist leer und die hat sechs sowas macht Lippstadt dann Lippstadt hat noch drei dann okay das geht noch so jetzt mal bei Erlangen jetzt mal bei Erlangen ne oder wo war das hier ja hier ist Erlangen drei wollen zur Burg und wie viel von der Burg weg keiner und hoffen dass in den Kutschen wer drinnen sitzt hier sind sechs und da auch okay das läuft und wie sieht es hier unten aus hier stehen jetzt acht Passagiere und er bringt Sechse mit geht und er fährt mit 16 sogar weg sehr gut so und er kommt von drüben von von Benennen war das glaube ne hat leider niemanden dabei und er hat auch niemanden dabei und hier steht auch niemand doch hier stehen jetzt sechs aber die wollen zum Rad doch so ein Benennen das heißt hier ist haben wir das gesagt letzte Folge wir machen jetzt hier einen Zug hin definitiv das muss hier sein die Kutschen das bringt es alle auf Dauer nicht so Zug Gleise und fahren wir gerade hoch erstmal das passt erstmal wenn wir da jetzt so weiter fahren müssten wir da aufschütten möchte ich aber tatsächlich so machen aber geht nicht weil da ein Hügel ist okay so und jetzt müssen wir Boden Werkzeug nehmen da ist eine Anhöhe die muss weg dann müsste jetzt hier die Linie ja hingehen oder genau und wenn ich da jetzt ein Bahnsteig hin mache ist sowieso dieser obsolet dieser äh sag schon Platz da so das passt das passt das passt das passt so jetzt müssten wir das glaube schaffen da hinten dürfte nur die Straße noch umgelegt werden die wir aber eigentlich gar nicht brauchen nachher das heißt hier durch hier 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 das sieht erstmal gut aus Zug Linie passt hier müssen wir gerade die Straße umändern obwohl wir sie nicht brauchen machen wir es gerade und so und jetzt müssten wir da auch einen Bahnübergang hinkriegen oder könnte sein dass er nicht geht weiß ich nicht doch geht gut der Zug fährt jetzt gerade durch ich würde jetzt tatsächlich aber hier nochmal was abreißen weil ich glaube das reicht wenn wir das da einsetzen dann kann sich die Stadt besser ausbreiten ne und da brauchen wir jetzt einen Bahnsteig der so groß ist gut der fährt dahin jetzt müssen wir nur gucken was decken wir hinten wie ab und da ist die Kirche nämlich dann auch mit dran dann passt das dann brauchen wir natürlich hier noch einen Zug das Depot stellen wir hier hinten zur Verfügung aber ruhig auch hier gegenüber hin so dann ist das über können hier reingehen nehmen eine Lok mit den drei Anhängern und Fahrplan gibt es hier Fahrplan zur Linie und das ist winenden Regionalzug mit den Enden Hafen über Kirche oder ne über ist ja falsch ist ja jetzt mittlerweile Hafenkirche ne Schrägstrich hier hier so das heißt wir müssen den halt hinzufügen und dann da hinten noch hin und den halt hinzufügen und jetzt ist noch zu überlegen 100% nicht 10% sind dann irgendwie 6 Leute oder sowas ja macht Sinn so 10% soll erstmal warten ne gut der kann zu jetzt ist der Fahrplan bestimmt nicht aufgestellt oder doch da ist er und starten wir das ganze so und dann schauen wir mal Erlangen-Waldhafen fahren die jetzt und der fährt links rum ist klar wir stehen denn da hinten wahrscheinlich keiner ne doch da stehen 6 also egal lassen so fahren gut das würde bedeuten dass wir jetzt dann auf Dauer diese Fahrzeuge hier ausmustern können Erlangen-Waldhafen ausmustern wenn leer darüber der ist aber falsch geklickt und jetzt haben wir hier noch ein paar schöne Kutschen ausmustern ausmustern und ausmustern schon weg der ist auf nicht laden da ist noch einer der hat aber geladen ok aber den machen wir trotzdem auf ausmustern weil wir wollen ja keine Kutschen mehr da fahren lassen ich glaube das waren sie dann ne ja gut Zug fährt überholt das auch gleich das ist auch prima so die Kirche ist jetzt hier mit abgedeckt das heißt das kann auch gleich weg nochmal schneller gerade oh warte da will ich noch gucken ob da was drauf ist ja tatsächlich noch drei Leute da drauf das heißt da sind gleich sogar neun das heißt der Zug fährt auch durch ne ja so der liefert ab und verschwindet richtig scheiß der Zug gleich auch schon durch ok und weg und weg und hab ich jetzt nicht mitgekriegt aber jetzt stehen hier 24 auf jeden Fall Kutsche Kutsche ist weg mal so der wartet jetzt auf Beladung 3er sind erst da ok dann lass das mal so Schiffchen hat neuner ist gerade wo da ja kommt da gleich an ach da ist noch eine Kutsche aber die ist auch auf nicht laden ah die hier unten ist es die verschwindet jetzt auch gleich und dann können wir hier definitiv das auch weg machen ich glaube dann können wir die Straße auch wegreißen oder die brauchen wir hier auch nicht mehr und weg gut das heißt Abrisswerkzeug kann auch weg na ich glaube ich nehme mal gerade das Tun von der Bahn weil da kann ich glaube hier so ah ne kann ich nicht Wegzusatz Ne Normalspur abreißen das will ich da machen Normalspur geht nicht weil ich bin ja auch ein Held ne das ist eine Straße Kriegen wir sogar einen Euro wieder oder was ist das ne das hat das Abreißen und das hat so viel Geld gekostet ne oder das lasse ich aber so weil dann wenn die Stadt wächst dann kommt da noch ein Depot zum Glaube oder sollte nicht so die Schwierigkeit werden er ist gleich da und Zug fährt alles wunderbar jetzt müssen wir gerade nur noch gucken dass wir den Zug noch mitnehmen nochmal da und nochmal da er hat jetzt zwölf Passagiere deswegen fährt er ab 6 ne ab 7 fährt er und wir verstehen hier keiner das heißt er wartet jetzt hier wieder bis generiert wird ja ich hoffe das klappt so Zug können wir erstmal ausmachen und funktioniert oder müssen wir nur gucken dass hier das sehen wir da leider nicht drin weil die ja sofort umsteigen wir brauchen doch den Zug da sehen wir erst wenn so welche sind weil hier blitzt es nur kurz auf und dann sitzen die ja schon im Zug deswegen sehen wir das da nicht gut also er hat jetzt hier Passagiere mit 14 also nicht ganz voll geworden aber hier steht jetzt niemand mehr ne da muss erst der Zug kommen wieder wie sieht es hier aus? 15 Schwandorf, ok die fahren weg er hat ja die, oh ja sogar 16 ok 3 2 und hier steht jetzt niemand mehr weil Kutschen gerade weg sind ne der hat aber nix und die hat auch nix, schade aha gut, weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken wie es da weiter geht hier ist auch keiner und der kommt von Erlang, ne mhm gut, ok, aber wir werden sehen wie es weiter geht er ist tatsächlich voll, das heißt hier unten ist auch wer gefahren hier stehen auch reichlich Schwandorf, Rathaus, Schwandorf, über Schwandorf, Rathaus, die wollen alle weg und hier stehen auch noch 22 die darüber wollen gut, die ersten 6 sind auch dann in ihre andere Richtung glaube, ne Schwandorf, Wald, ja, fast das heißt er hat auch Fahrgäste, die zurück wollen der Zug hier, der wird natürlich wahrscheinlich gerade wieder nix fahren, oder? oh doch, 12 Stück drinnen, nicht schlecht und hier stehen noch 7, aber die wollen nach Waldhafen also die wollen rüber, das ist schon mal gut, der hat die gebracht und der nimmt auch einige mit 12 sieht aus, als ob es langsam, aber sicher hier wird Aachen, Neubrandenburg, Bad Mergeteim, Rathaus, alle in die eine Richtung sieht aus, als ob das auch klappt gut, dann würde ich erstmal sagen, wir haben hier einen Cut ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal auch wieder mit dabei sind falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an und kriegt dann mit, wenn ich das nächste Video hochlade gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!